Gut, dann begrüße ich dich, Andreas, zum dritten Mal tatsächlich in meinem Stream. Man hat länger nichts mehr von dir gehört. Ich gehe ja davon aus, dass du dich irgendwo in die Berge zurückgezogen hast, unter einem Wasserfall meditiert hast und dann zurückgekehrt bist, am Anfang dieses Jahres nach den Korrektiventüllungen. Als Andreas der Weiße oder Andreas der Weise und dann nochmal zusätzlich bei Thilo Jung einiges dazugeben konntest an Informationen, da du AfD-Experte bist, da du aber auch dich mit Klassismus und dahingehend verschiedene Formen von Diskriminierung beschäftigst. Und heute habe ich dich doch nochmal eingeladen, damit wir auch nochmal unser Wissen zusammenwerfen können über, ja, was geht da eigentlich bei der AfD intern so vor sich, weil wir wissen natürlich, okay, es gab da dieses Treffen in Potsdam. Für viele Menschen ist jetzt nochmal wesentlich eindeutiger geworden, dass die AfD eine rechtsextreme Partei sind, dass da nicht einfach nur, ja, wir machen halt ein bisschen mehr Konservativismus und schmeißen die kriminellen Ausländer raus, sondern man möchte darüber hinaus noch wesentlich menschenfeindlichere und antidemokratischere Ziele verfolgen. Man arbeitet auch mit bekannten Rechtsextremisten wie zum Beispiel Martin Sellner zusammen und seitdem gab es auch immer mehr Enthüllungen hier und da, aber trotzdem glaube ich, dass da vieles noch an der Oberfläche kratzt. Ja, also ich denke schon, klar. Ja, ich habe mich tatsächlich nicht zurückgezogen. Ich habe allerdings ein bisschen gehadert mit der AfD. Also das, und mich, das ist ja auch krass, ne, mit diesen großen Demonstrationen jetzt, damit hat ja wirklich keiner gerechnet. Nee. Zumal, ja, genau, zumal ja die, was Korrektiv rausgefunden hat, ja auch wirklich überhaupt nicht neu ist. Na, das war ja, ich hatte damals... Du hast gerade so ein paar Störgeräusche, beziehungsweise bist ein bisschen abgehakt. Also wenn du schauen kannst, dass du irgendwie deine Verbindung verbesserst oder sowas. Ich kann auch sonst gucken, dass ich bei Discord vielleicht irgendwo die Übertragung verbessere. Ja, ist das jetzt besser? Ich habe ein paar Programme rausgeworfen, die vielleicht im Hintergrund liefen. Genau, also das, ja, das war ja eigentlich schon alles klar. Ich hatte, ähm, 2018 hatte ich ja schon, ähm, dieses Buch von Höcke durchgearbeitet, wo er dann gefordert hat, dass es eine groß angelegte Remigration geben muss. Ne, wir werden große Teile der Bevölkerung verlieren und, ähm, der Islam muss zurückgedrängt werden hinter dem Bosporus und, ähm, und so weiter. Ne, die ganze Rede von den Biodeutschen ist ja auch alle schon älter. Im Biodeutsch meint ja, ähm, dass es nicht Deutsche sind, die einen deutschen Pass haben, sondern dass es halt beschränkt wird auf bestimmte Gruppen. Bin ich jetzt eigentlich zu hören? Du guckst ein bisschen. Ja, alles super, alles super. Deswegen, da würde ich dich unterbrechen. Okay, gut. Aktuell ist der Ton super. Genau, das ist halt das Ding, ne? Das eben, das war ja eigentlich alles schon klar. Was jetzt natürlich neu ist, was neu hinzugekommen ist, ist, dass die AfD seit dem letzten Sommer auf 22 Prozent, ähm, angewachsen ist. Und der rechte Flügel, der ja auch, ähm, sich auch immer schon seit 2013 immer stärker durchgesetzt hat, hat sich jetzt spätestens beim Bundesparteitag komplett durchgesetzt, ne? Das heißt, seit dem Bundesparteitag, äh, gab's, da gab's überhaupt wirklich keine, keine Gegenstimme mehr. Ich glaub, eine Gegenstimme gab's inhaltlich, ne? Weil die Frau nicht nominiert wurde. Die Redebeifege waren ja schon, also an den letzten Bundesparteitag, ich glaub, das war der Europaparteitag, ähm. Genau, genau, da wurden halt... An die ich mich erinnern kann, das war, also da gab's dann, äh, Rednerinnen und Redner, die was von satanistischen Kräften im Hintergrund geschwafelt haben, von der Transideologie, die, ähm, hier irgendwie unsere Kinder, äh, vergiften möchte oder sonst was. Dann, ähm, wurde halt offen gehetzt gegen die, äh, gegen queere Menschen, also auch gegen homosexuelle Menschen und so weiter, die, äh, wo man eigentlich dachte, okay, ähm, äh, äh, inzwischen, inzwischen sind so, haben die Rechten ihren Fokus da verschoben auf andere Minderheiten, äh, weil sie die nicht mehr angreifen können. Ähm, und dann eben Verschwörungstheorien wie die Umvolkung, äh, wurden dort offen propagiert. Also das fand ich schon, ähm, auf der einen Seite, äh, viel Angriffsfläche, ähm, viele Leute, über die man sich lustig machen konnte, auf der anderen Seite wirklich krass, wie radikal dann eben die Partei auch eben in der öffentlichen Darstellung geworden ist. Aber man merkt auch, dass die AfD da selber, ähm, das selber gar nicht möchte. Das ist, Probleme hat eben genau mit diesen demokratischen Prozessen, wie zum Beispiel so ein Parteitag und, äh, deshalb auch, ähm, die Übertragung immer mal wieder abgebrochen haben, äh, die eigene, den eigenen Livestream, um eben, äh, ja, unschöne Beiträge oder Beiträge, die sie eben nicht, äh, zeigen möchten, ähm, äh, ja, dass die eben verhindert werden. Ja, ähm, zum Teil, also man unterscheidet ja so zwischen diesen Selbstverharmlosern in der AfD, die dann immer wieder die Wogen glätten müssen, das sind so Weidel, Meuthen hatte diese Aufgabe lange Zeit, aber das Meuthen weg ist, ist ja auch halt ein Symptom von dem Ganzen. Also Chrupalla, Weidel, das sind so die Selbstverharmloser, ne, Leute wie Höcke pushen vor und Weidel muss dann glätten. So, und da, ähm, hat sich auch was verschoben, ne, bei, was ist jetzt eigentlich, was sehen die noch als harmlos und was sehen die schon als etwas, was man auch so sagen muss, das ist ja halt ein Ziel von der AfD, die wollen sich ja gar nicht die ganze Zeit verharmlosen, sondern die wollen ja was haben. Müssen sie auch nicht. Also es hat sich ja auch gezeigt, dass, äh, teilweise extremere Aussagen mit noch besseren Wahlergebnissen, äh, nicht Umfrageergebnissen belohnt wurden, auch teilweise Wahlergebnissen. Und, äh, da, das hat natürlich den pädagogischen Effekt, dass man sich denkt, ja gut, warum müssen wir überhaupt denn noch zu uns zurückhalten? Und so wurden sie dann ja auch immer offener in der, ähm, äußeren Kommunikation. Genau, das, äh, da mussten die ja nicht nur auf die AfD gucken, also auch Aiwanger, wo ich damals gedacht hatte, diese Nazi, ähm, Sachen von Aiwanger, das wird den Freien Wählern Stimm kosten. Mhm. Also ich denke, vor ein paar Jahren hätte er noch zurücktreten müssen, nach sowas, und, ähm, die Freien Wähler haben da zugewonnen, ne, das ist ja das Krasse. Wofür ich die sozialen Medien verantwortlich mache. Also ich glaube, dass die sozialen Medien sowieso für die AfD, ähm, also größtenteils die Bühne geboten haben. Also das Sprungbrett, ich glaube, ohne soziale Medien hätten wir, also, ne, es ist für mich kein Zufall, dass zum Beispiel mit dem Aufstieg von Twitter, aber eben auch einem immer, einer immer größeren Relevanz von YouTube, dass dann die AfD damit dann gleich, äh, ein, ja, einher dann groß wurde. Und, ähm, ich glaube, dass gerade so diese, äh, wie, wie die sozialen Medien funktionieren und was sie dann eben auch mit den Nachrichten machen und vor allem eben mit den etablierten Medien und eben, äh, generell dieser Struktur der etablierten Medien, dass darüber dann ein Aiwanger profitiert, weil er eben, äh, weil er eben zig Akteure dann zum Beispiel auf Twitter hat, äh, die, die, die darauf aufspringen, ja, das ist ja alles eine Medienkampagne gegen mich, ich werde hier gecancelt und, äh, man versucht hier meine Meinung zu unterdrücken, was dann eben für mehr Sympathien einfach sorgt. Ähm, ja, ne, da ist ja was dran, der wird ja jetzt von oben herab sozusagen, ähm, äh, wegen einer Lappalie in der Kindheit oder so soll er jetzt zurücktreten, das geht ja gar nicht und deshalb, äh, bin ich jetzt auch dafür, dass er unterstützt wird. Ja, wobei nicht nur soziale Medien, Also es sind auch die etablierten Medien, also die haben ja, ähm, das Ganze quasi ins Laufen gebracht damals mit Thilo Sarrazin. Thilo Sarrazin war ein Medienprodukt von Bild-Zeitung, Spiegel und noch ein paar anderen größeren Zeitungen. Die haben ja da überhaupt erst mit den Vorveröffentlichungen, ähm, und dann natürlich noch der Bettelsmann-Konzern, der das Buch herausgebracht hat, die haben ja das alles überhaupt erst ins Laufen gebracht. Dann kam von Bild-Zeitung noch diese Kampagne, Mann wird ja noch versagen dürfen. Naja, und mit diesem Mann, die wird ja noch versagen dürfen, das ist dann natürlich möglich in den sozialen Medien, ne? Ja. So, das spielt, das geht dann miteinander einher. Oder auch die Verharmlosung von, ähm, der AfD von Anfang an. Also das, ähm, die AfD war, ist ja nicht jetzt erst rechts, ne? Die waren von Anfang an demokratiefeindlich, so, eher in so einem, was wir heute so libertär nennen, also eher in dieser Richtung. Ja. Ne, also Konrad Adam hat das damals im Weltartikel begrüßt, ähm, dass man so argumentieren kann, dass Menschen, die kein Geld vom Staat, die, ähm, Geld vom Staat erhalten, dass man denen das Wahlrecht entzieht, ne? Und, ähm, der Vorsitzende des damals größten Landesverbandes, das ist, glaube ich, immer auch der größte, von der AfD Nordrhein-Westfalen, der hatte damals ein Buch veröffentlicht, die Mandative Demokratie, wo er gefordert hat, dass der Parlamentarismus komplett abgeschafft werden soll, und zwar wegen den, wie er das nannte, Arbeitsscheuen. Ja. Der Parlamentarismus sorgt dafür, dass die Arbeitsscheuen, äh, viel zu viel Geld kriegen, und so weiter, und deswegen muss der Parlamentarismus abgeschafft werden. Und das war der erste Vorsitzende 2014 von der AfD, ne? Das heißt, ähm, die waren eigentlich immer schon rechts, und das wurde von den Medien immer, meiner Meinung nach, runtergespielt. Und erst dann, wenn klar war, die sind, meine Fähigen, rechtsextrem, da wurde dann gesagt, ja, die sind rechts, ne? Also es gab auch, es gab sogar eine Anweisung, glaube ich, damals beim ARD, dass nicht von einer rechtsradikalen Partei gesprochen werden sollte. Ja, und das ist ja, glaube ich, auch immer dem Druck von außen, aber eben auch, beispielsweise bei der privaten Medienlandschaft, aber, ne, teilweise auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, begründet eben durch, ja, man muss halt bestimmte Verkaufszahlen, Klickzahlen und so weiter erreichen, und man kriegt eben auch böse Leserbriefe. Und man möchte zum Beispiel auch als ARD, möchte man nicht zu, ne? Man hat immer diesen, also die Rechten machen das sehr, sehr geschickt. Also man, ähm, man beballert die Öffentlich-Rechtlichen mit, die sind alle linksgrün versifft, die haben alle eine Agenda, und dann sitzen sie eben bei den Öffentlich-Rechtlichen in Redaktionen und denken sich, okay, wir wollen nicht, dass die Menschen so über uns denken, also sollten wir gucken, dass wir diese Angriffskräfte nicht bieten, wodurch sie eben sich zum Beispiel moderieren und sagen, okay, ne, wir benennen sie nicht als rechtsradikal, wir benennen sie nur als konservativ oder als rechtspopulistisch oder sonst was, damit wir eben nicht diese bösen Leserbriefe bekommen und die AfD nicht kommen kann und sagen kann, hier, ihr seid ja, ihr fahrt eine linksgrüne Agenda. Und ich glaube auch heute, dass, ne, Twitter zum Beispiel ist am Ende sehr klein. Also die, ne, da sind nicht viele, die wirklich agieren, heutzutage sowieso, wesentlich weniger wahrscheinlich als früher, aber jetzt zu den besten Zeiten von Twitter. Man hatte dort aber Politiker, man hatte dort Journalisten, man hatte dort Institutionen und man hatte dort natürlich eine gewisse Masse von Menschen, aber trotzdem hatte das, glaube ich, einen riesen Einfluss auf eben die Redaktionen von den ein oder anderen etablierten Medien, auch der ein oder andere Politiker, guckt vielleicht mal bei Twitter rein, was denken so die Leute und handelt dann dem nach, auch wenn das eigentlich wirklich ein kleiner Ausschnitt aus der gesamten Bevölkerung ist, den man dort erlebt. Und dadurch treiben die sozialen Medien dann auch, worüber dann die nächste Markus-Land-Sendung handelt oder worüber jetzt der Spiegel eine neue Reportage macht. Ja, genau. Das sind natürlich diese Klickzahlen. Einerseits, andererseits kann ich mir vorstellen, dass die auch mit anderen Themen Auflage und Klickzahlen kriegen könnten. Also ich selber befasse mich ja eigentlich ja zentral mit der Benachteiligung von Arbeiterkindern. Und deswegen war ich vielleicht auch in den Bergen hinter dem Wasserfall, weil ich mich da mit diesen esoterischen Themen wie Bildungsgerechtigkeit beschäftigt habe. Und da ist jetzt die IGLU-Studie rausgekommen im letzten Jahr. Und die IGLU-Studie haben wir eine internationale Grundschul-Leser-Untersuchung. Und es wurde wieder festgestellt, dass ArbeiterInnenkinder bei gleichen Leistungen, wenn die gleich gut sind in Mathe und Deutsch, wie Akademikerkinder, erhalten sie sehr, sehr, sehr viel seltener von den Lehrkräften eine Gymnasialempfehlung. Und das ist seit 20 Jahren so. Und das ist eine Riesensauerei. Das ist einfach eine unglaubliche Sauerei. Da könnten eigentlich die Zeitungen jeden Tag drüber schreiben und jeden Tag irgendwelche Politiker dafür in den Pranger stellen. Und wenn das gemacht wird, könnte ich mir vorstellen, dass das dann auch eine Kampagne werden könnte, wo sich dann die ganzen Benachteiligten zu Wort melden. Und damit könnte man theoretisch auch Klickzahlen kriegen. Oder der Reichtum der Superreichen. Das könnte man anprangern. Damit könnte man halt auch tatsächlich auch Zeitungen füllen. Aber das Problem ist eben, dass in den Medien sitzen eben keine Arbeiterkinder, da sitzen eben Akademikerkinder, die gar kein Interesse dran haben. Das ist immer so die Frage. Weil ich natürlich dann auch als jemand, der auf Twitch streamt, auf der jemand, der ab und zu mal versucht, natürlich hier und da mal was auch auf YouTube hochzuladen, genauso wie auf anderen Plattformen, dass ich mich dann auch sehr viel damit auseinandersetzen muss, was generiert denn dann die Aufmerksamkeit. Und aktuell muss ich sagen, weil ich mich wirklich ausführlich damit beschäftige, aber auch die rechtsextremen Netzwerke, die es inzwischen gibt und was da für YouTube-Kanäle auch existieren, dass die AfD auf allen Plattformen komplett dominant ist. Und ich glaube, das liegt auch in vielerlei Hinsicht, dass diese Themen oder diese Art und Weise, wie die agieren, dass das irgendwo mehr Aufmerksamkeit beziehungsweise eher die Menschen dazu verleitet, das Ganze auch zu klicken. Die können auch eher, also ich müsste recherchieren, ich müsste ein Video gut zusammenschneiden, ich müsste mir Mühe geben, einfach mal eben so irgendwelche Fakten zu erfinden und sie dann in die Kamera zu plärren. Damit kann ich viel schneller die Plattform fluten. Ich bin auch nicht mehr an irgendwelche Sendezeiten oder sowas gebunden oder dass man halt pro Tag nur so und so nur eine Zeitung rausbringt oder sowas, sondern ich kann einfach die Plattform mit meiner Gülle fluten. Jeder kann so seinen eigenen Fernsehsender praktisch auf YouTube zum Beispiel haben oder auf Twitch. Und es führt am Ende natürlich dazu, dass die ja, dass die da einen sehr, sehr, sehr großen Raum einnehmen und dann auch ihre Themen setzen können. Und plötzlich reden die Leute alle über das Gendern oder so. auch wenn es nicht wirklich eine Relevanz und auch wenn es wirklich nicht einen Gegner gibt, den es da zu bekämpfen gibt, weil es gibt niemanden, der das Gendern pusht, aber man kann es ja behaupten. Und dann gibt es eine riesen Diskussion darüber und jeder will eine Meinung über das Gendern haben und dann verdrängt das natürlich relevante Themen. Und am Ende gebe ich natürlich dann den Linken die Schuld dafür, dass ja alle über das Gendern reden, weil von denen kam das ja irgendwie ursprünglich. Aber in Wirklichkeit, ja, also ich habe mich dann auch mal zum Beispiel mit den USA und mit den englischsprachigen Medien auseinandergesetzt. Da gibt es zum Beispiel nicht das Ganze mit den Gendern, da gibt es aber die Diskussion im Pronomen. Die gibt es hier praktisch gar nicht. Also okay. Und dann hatten wir in Deutschland das Heizungsgesetz. In Kalifornien haben sie über Induktionsherde diskutiert, weil dort gibt es noch sehr wenig Haushalte mit Induktionsherden. alle anderen Bundesstaaten in den USA, die haben hauptsächlich, ne, haben sie elektrische Herde, Induktionsherde, irgendwas in der Richtung und keine Gasherde mehr. In Kalifornien wurde ein Kulturkampf um Gasherde geführt. In New York um Pizzaöfen. Und deswegen habe ich daran gesehen, okay, wenn es das Heizungsgesetz nicht gegeben hätte, hätten sie irgendeinen anderen Haushaltsgegenstand gefunden, den sie verwendet hätten für einen Kulturkampf. Und wenn es das Gender nicht geben würde, würden sie irgendwas anderes finden und können daraus eben so eine Diskussion machen, die alle anderen Diskussionen verdrängt. Deswegen leider glaube ich nicht, dass man mit Reichtum, Umverteilung und so weiter die großen, die große Aufmerksamkeit erreicht, weil das hätte dann auch jemand. Und immer mal wieder gibt es natürlich das ein oder andere YouTube-Video, den einen oder anderen Beitrag, der dann mal viral geht. Aber das ist total minimal im Gegensatz zu dem ganzen anderen Quatsch, der von rechts einfach durch deren Deutungshoheit in den Fokus gerückt werden kann. Naja, aber du hast halt die sozialen Medien und die stehen ja nicht im luftleeren Raum, sondern die sind ja dann nochmal gekoppelt mit dem Springer-Konzern. Der Springer-Konzern Bild, Zeitung Welt, die nehmen das dann auf oder die geben das sogar vor. Und das machen die natürlich nicht, wenn dort irgendwo steht, Arbeiterkinder werden benachteiligt. Das ist, das müssten dann halt andere, die anderen Medien machen. Die machen das aber nicht. Es gibt ja auch einen Grund, warum Springer zum Beispiel so dominant ist in der Medienlandschaft. Ich glaube, nur die Funke-Gruppe ist noch größer als der Axel Springer-Verlag. Und das hat natürlich auch etwas mit der Taktik von früher zu tun, sodass halt ein Axel Springer irgendwann gemerkt hat, okay, meine Zeitung verkauft sich besser, wenn ich viele bunte Bildchen und viele bunte Buchstaben drauf packe. Ja, genau. Es hat die Frage, ist das jetzt direkt mit rechts gekoppelt? Also, ja klar, ich meine, es gibt halt, also ich unterscheide Rechts kann das besser für sich nutzen, glaube ich. Ja, genau. Ich unterscheide ja halt auch zwischen einer rechten und einer emanzipatorischen Sprache. Und das ist eigentlich ganz einfach, sehr platt, müsste man überprüfen, ob das so stimmt, aber wenn man rechts und links unterscheidet, würde ich sagen, die große Unterscheidung ist halt die zwischen Gleichheit und Ungleichheit. Hierarchie und Demokratie. Genau. Genau. Braucht man Führer, egal ob das jetzt Wirtschaftsführer sind oder religiöse Führer oder einfach in der Familie. Ein Mann hat das Sagen oder die Familie ist gleichberechtigt. Die Familienstruktur, hat man ein demokratisches Familienbild oder hat man den Vater, der sagt, wo es lang geht. Dann, das ist halt, denke ich, eher rechts. Das ist dann gekoppelt noch mit so einer Naturrechtsideologie. Das ist halt von Gott gegeben. Das ist Naturrecht. Und auf der anderen Seite links dann, wir Menschen sind eigentlich gleich. Und wir haben die gleichen, alle die gleichen, weil wir im Prinzip gleich sind, gibt es auch die gleichen Menschenrechte, die für jeden Menschen gelten. Das ist halt, wir sind zwar natürlich alle unterschiedlich von der Art und Weise, das sind wir sowieso. Das muss man auch gar nicht viel fördern, wir sind einfach alle unterschiedlich. Ist ja logisch, aber von den Rechten her sind wir gleich. Wir haben alle die gleichen Rechte. Und deswegen, und wir haben potenziell auch die gleichen Fähigkeiten. Es ist nicht so weit auseinander. Jedenfalls nicht biologisch, was weiß ich, irgendwie. Es gibt keinen Superman oder sowas, der fliegen kann, der Gebäude hochheben kann oder so. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, dass jemand, also in so Fantasy-Filmen oder sowas, wenn der kann ein Star Wars, der Imperator, der kann Blitzer aus den Händen schießen und irgendwie ist eine sehr mächtige, allein schon eine sehr mächtige Person. Da kann man in diesem Universum dann auch rechtfertigen, dass diese Person irgendwie der Führer ist, weil den kannst du so schnell nicht demokratisch wegwählen, wenn der, wenn der selber stärker ist als so mehrere Menschen, aber in der realen Welt, wo die Menschen zwar unterschiedlich sein können, wo vielleicht der eine vielleicht doppelt so schnell rennen kann wie der andere oder der eine kann durch viel Training kann 200 Kilo hochheben und der andere nicht oder so. Aber es rechtfertigt halt nicht, dass eine Person der König ist und alle anderen müssen dem gehorchen. Genau und es gibt eben keine Übermenschen, es gibt eben auch keine Untermenschen, sodass und da, das ist glaube ich so der große Unterschied in dem Denken und das hat Auswirkungen auf die Sprache, weil wenn man halt sagt, alle Menschen sind im Prinzip gleich, alle können mit ihren Fähigkeiten, haben das gleiche Recht mitzubestimmen und es ist auch von der Entscheidungsfindung her gut, wenn alle mitbestimmen, weil von allen irgendwelche Sachen dazukommen können und wir müssen darüber diskutieren und es gibt nicht den Führer, dann braucht man eine Sprache, die dazu passt. Das ist dann halt eine sehr differenzierte Sprache und eine Sprache, die komplex ist und die, weil es muss ja alles berücksichtigt werden, es kommen immer wieder neue komische Begriffe da rein, dann es werden einige Begriffe als unfair gesehen, weil die dann tatsächlich wieder Leute zu Untermenschen abstempeln und so weiter. Ja, das ist halt die linke Sprache dann oder die emanzipatorische Sprache. Kompliziert, ständig stolpert man, man hat keinen, also das ist ja von Orwell auch ganz wichtig. Also Orwell sagt, die Sprache muss politisch sein und Newspeak ist halt die, das ist diese Plapper-Sprache, das ist, die gefährlichste Sprache ist die Sprache, wo man einfach redet ohne zu denken. Das ist das Gefährlichste, das ist halt Newspeak und eine emanzipatorische Sprache ist eine Sprache, wo man über die Wörter stolpert oder dieses Sternchen, das ist quasi wie so eine Art Skrupel, so eine Art, man muss drüber nachdenken. Was ist das? Sternchen heißt, es gibt ja den Begriff Skrupel, das heißt Steinchen, dieses Steinchen, das ist was, was einem so weh tut, was man halt dann, was... Ein kurzes Hindernis ist vielleicht auch. Genau, ein kurzes Hindernis, so ähnlich wie diese Stolpersteine. Da muss ich überlegen, was mach ich jetzt, drüber hüpfen, drunter durchkriechen, von vorbeigehen. Genau, raus aus diesem Plappern, raus aus diesen einfach nur so gedankenlosen Quatschen, so das ist halt, dafür ist eine linke Sprache da, die ist aber dann komplex und der Sprachfluss ist da vielleicht nicht so gegeben. Und bei der rechten Sprache... Er ist auch linksradikal und einer von uns. Der hat auf Schwesten geschossen, ja. Wenn man das überträgt auf natürlich soziale Medien, dann eignen die sich sehr gut, also die Thumbnails, mit denen manche Videos auf YouTube oder manche YouTube-Kanäle arbeiten, das würde sich nicht mal die Bild-Zeitung trauen. Also das ist, was ich da alles schon gesehen habe an irgendwie Feministinnen, die mit blauen Augen übersät sind und mit irgendwie Boxhandschuhen werden da reingezeichnet und so weiter, damit auch klar ist, ja, hier werden die fertig gemacht, hier werden die zerstört. Und dem unterliegen alle. Also ich könnte, also die Wahrheit klickt sich meistens nicht so gut. Und auch die kann ich nicht einfach mal eben moderat präsentieren. Ich kann nicht einfach einen Beitrag irgendwo in den sozialen Medien anbieten und sagen, okay, hier ist ein wissenschaftlicher Beitrag, ein Vortrag. Ich möchte, dass du den total unvoreingenommen konsumierst oder dir anschaust. Ich möchte, dass du aus eigenen Stücken diesen Beitrag anklickst. Auch wenn das, wenn das wirklich, wenn ich da absolut wissenschaftlich und faktenorientiert arbeiten möchte, muss ich mir trotzdem vorher überlegen, wie sorge ich dafür, dass jemand den anklickt und werde dann dort irgendwie reinschreiben müssen, Klimaleugner komplett zerstört oder so. Einfach mit Explosionen auf dem Bild und einer riesigen Weltkugel, die brennt oder ich weiß es nicht. Und dann habe ich vielleicht die Chance, dass jemand sich denkt, okay, das klingt interessant. Und dem unterliege ich auch. Ich merke auch immer wieder selber an mir, wenn ich durch YouTube surfe, was ich da anklicken möchte und was eben nicht, was für mich interessant klingt. Und meistens ist es auch immer sehr, sehr reißerisch. Ja, genau, das ist das Reißerische. Bei den Rechten kommt noch was hinzu. Das ist ja nicht nur das Reißerische. Das könnten wir dann auch einfach machen. Das wäre dann kein Problem. Machen wir dann auch alle reißerisch. Ist dann schwierig, weil es bleibt ja nicht reißerisch. Das wird dann kompliziert. Aber bei den Rechten ist ja dann die Sprache gar nicht dafür da, dass wir gemeinsam argumentativ zu etwas Neuem finden, dass wir uns auseinandersetzen, auf Augenhöhe untergleichen. Sondern dafür ist ja dann der Führer da. Der Führer ist ja, der sagt ja, wo es lang geht und wir folgen. Und da ist dann halt eher diese Freund-Feind-Scheidung wichtig, dass man eben zu einer privilegierten Gruppe gehört, die vielleicht auch bedroht ist. Was weiß ich, das Christentum ist bedroht durch den Islam oder Männer sind bedroht durch Frauen oder Heteros durch Schwulen und Lesben. Jedenfalls sind die immer irgendwie bedroht. Und da ist dann halt die Gemeinschaft der Gruppe wichtig, die einen Führer hat, der weiß, wo es lang geht. Und die Sprache ist dann gar nicht mehr für Argumentationen da, sondern nur noch für eine Freund-Feind-Scheidung. Das heißt, die Sprache, die dann benutzt wird, das ist dann eben diese Hasssprache. Das ist dann diese Sprache, die dann halt mit ganz einfachen Begriffen arbeitet, die halt immer wieder wiederholt werden. Also der Klemperer, der hat so ein Buch geschrieben, LTI, also Tagebuch, der ist damals verfolgt worden als Jude im Nationalsozialismus und hat sich dort damals mit der Nazi-Sprache auseinandergesetzt und Viktor Klemperer, und der hatte gesagt, die Nazi-Sprache ist eine Stakkato-Sprache und es werden ständig die gleichen Begriffe wiederholt. Die werden eingehämmert. Das ist so eine Einhämmerungssprache. Immer wieder die gleichen Begriffe. Hin und wieder kommt da mal neue dazu. Aber und wer diese Begriffe benutzt, gehört dazu. Und wer die nicht benutzt, ist halt Volksfeind. Das ist halt so die Funktion der Sprache und der Rechten. Also das heißt sehr einfach. Immer wieder die gleichen Begriffe. Und das passt dann natürlich viel besser zu TikTok, wo man nur 15 Sekunden Zeit hat von der Aufmerksamkeit. als wenn man halt da sich Gedanken machen muss über komplexe Sachen. Also das heißt, diese sozialen Medien arbeiten denen quasi nochmal in die Hand, diese Sprache. Ich habe mich natürlich auch schon mal das ein oder andere Mal mit AfD-Wählern auseinandersetzen können und fand das, also finde vor allem immer sehr beeindruckend, natürlich, wenn man die, wenn man mit über die sozialen Medien mit denen in Kontakt tritt, dann sind das meistens auch Menschen, die, sage ich mal, engagierter sind und eben garantiert dann auch Inhalte der AfD und deren Verbündeten konsumieren. Also das heißt, wenn ich jetzt in den Osten reisen würde und ich würde irgendeinen AfD-Wähler dort finden, der da draußen rumläuft, dann gibt es jetzt keine so große, also gäbe es vielleicht die Chance, dass der jetzt überhaupt nicht großartige sozialen Medien konsumiert, das ist natürlich immer der Fall. Aber in der Regel, wenn ich mit denen über die sozialen Medien sprechen konnte, was ich meistens privat mache, wenn ich das tue, dann fand ich das immer sehr beeindruckend, dass die wirklich alle Talking Points drauf haben. Das heißt, irgendwo gibt es ein neues AfD-Narrativ, beispielsweise zu den Demos gegen rechts oder zu den Korrektiv-Recherchen jetzt oder schon vorher zu einfach allen möglichen Themen und die können dir immer in wenigen Sätzen sozusagen das AfD-Narrativ wiedergeben. Einfach exakt das, was die AfD sagt, können die wiedergeben. Was ich bei allen anderen Parteien nicht habe. Also wirklich vielleicht mal versetzt, einzelne Versatzstücke. Ich hatte eine Zeit lang das Gefühl, beispielsweise, wenn es um Klimaschutz geht, dass es dort so etwas gibt wie allgemein verbreitete Talking Points. Aber das kann auch dann einfach nur meine eigene Bubble sein, meine eigene Wahrnehmung. Aber wirklich, wenn es darum geht, einfach nur sich mit dem einzelnen Wähler zu befassen, dann glaube ich, dass gerade bei, und da würde ich mir Studien und Umfragen und so weiter darüber wünschen, wenn es, um das mal wirklich festzustellen, wenn es um den AfD-Wähler geht, der hat in der Regel die Talking Points drauf, weil eben über die sozialen Medien das sehr effektiv denen in den Kopf gehämmert wird. Von, da ist irgendwas mit den Altparteien, die Ampelregierung ist schlecht, weil Annalena Baerbock, die stottert ab und zu mal, wenn sie irgendwie eine Rede hält, da hat er einen Clip drüber gesehen. Olaf Scholz ist irgendwie kriminell, korrupt und nie da. Robert Habeck hat keine Ahnung von Wirtschaft. Da gab es auch diesen einen Clip im Internet. Übrigens, die Ausländer sind auch überall am Marodieren. Da hat er auch einen Clip zugesehen. Und wenn man den jetzt fragt, so okay, woher weißt du denn, dass die Ausländer alle kriminell sind? Ja, und dann verweisen die immer alle auf, ja, es gibt einen hohen Ausländeranteil in der Kriminalstatistik. Dass die Kriminalitätsrate insgesamt total gering ist, egal, aber es gibt einen hohen Ausländeranteil in der Kriminalstatistik. Und immer wieder, dieses Muster fällt einem dann immer wieder auf. Und ja, ich glaube gerade zum Beispiel TikTok und YouTube ist super effektiv darin, den Leuten das einzuhämmern, weil ich habe dann in einem Video ganz kurz zum Beispiel auf TikTok oder YouTube Shorts oder so, diesen Talking Points, der wird dann gepredigt, verbreitet, multipliziert und der landet dann bei allen. Sonst im Zweifel über irgendwie Telegram-Kanäle und so. Und dagegen, ich weiß nicht, wie man dagegen anstecken kann, weil es so viel ist, so eine Masse ist und man selber mit der Wahrheit aber leider nicht diese Reichweite generiert. Ja. Und die kompliziert ist, wie du schon sagtest. Ja. Genau, ich nenne halt diese Talking Points, nenne ich halt Embleme. Das Emblem wie so ein Abzeichen. Es gibt so Sprachembleme. Wenn halt Meuthen von Rot-Grün-Versifft spricht, dann ist das halt kein Argument. Dann ist es halt auch nicht in erster Linie einfach nur eine Herabwürdigung oder eine Kritik an Hygiene oder so, sondern es ist halt ein Emblem, weil er sagt, er ist dann die Person, die sagt, die andere als Rot-Grün-Versifft bezeichnet. Er könnte den auch, was weiß ich, Frühsexualisierung, was gibt es da noch für, diese ganzen Staatsfug jetzt neuerdings Remigration, super viele Begriffe, die aus der AfD einfach kommen, die es so vorher nicht gab, Lügenpresse, Genderwahn, Klimadiktatur, Corona-Diktatur, gab es ja alles mögliche. Genau, ich habe seit ein paar Jahren mache ich diesen Diskurs Atlas Antifeminismus und da haben wir aus diesen ganzen antifeministischen Zitaten diese Talking Points oder diese Narrative, haben wir das so erst genannt, also Embleme wird da eben ganz gut passen, bestimmte Begriffe, die immer wieder vorkommen oder bestimmte Wörter, die immer wieder vorkommen, herausgearbeitet und das sind 26, das sind 26 Wörter, die, oder 25, das ändert sich hin und wieder ganz langsam, verschiebt sich das dann auch, die immer wieder vorkommen. Und die kommen selten alleine. Dann ist es dann halt, wenn dann jemand von Umerziehung spricht und von Kulturmarxismus und von Frühsexualisierung, dann kommt irgendwann auch Rot-Grün-Versifft oder dann kommt irgendwann Genderwahn. Neuerdings ist es ja Vogue. Vogue ist das neue Political Correctness. Ich glaube ja Vogue, weil es eben weder an Suchmaschinen angepasst ist, weil früher, da hattest du im englischsprachigen Raum den Social Justice Warrior, das war dann, und im Deutschen der Gutmensch. Und das sind dann verschiedene Suchergebnisse, aber die dann, die die Suchmaschinen ausspucken würden. Jetzt dann einmal für englischsprachiges YouTube zum Beispiel irgendwie die Videos SJW destroyed oder du hast, du hast dann im Deutschen irgendwie der Gutmensch wird zerstört. Und irgendwann kamen sie dann, ja seit zwei, drei Jahren ist es dann Vogue. Entstand natürlich wieder in den USA. In US-Politik wurde das dann rumgereicht, wurde weiter verbreitet und es ist ein ganz kurzer Begriff, vier Buchstaben und in allen Sprachen benutzen die Rechten den praktisch jetzt. Also in allen europäischen Ländern benutzen sie Vogue und dadurch, wenn ich jetzt bei Google Suchergebnissen Vogue eingeben würde, würde ich eine ganze Menge Treffer bekommen. Bei Twitter trendet das dann viel stärker und es eignet sich dann gut zum Beispiel für YouTube-Titel. Und da hätten wir dann einfach, also aus den Verhältnissen, den gegebenen Verhältnissen von Social Media entsteht dann eben auch eine effektive Strategie für die Rechten. Und als Linker hast du dann wieder so einen Begriff, gegen den du gar nicht kämpfen möchtest, weil du identifizierst dich ja nicht damit. Das ist dann wie Gutmensch oder wie Linksgrün versifft. Du benutzt den vielleicht irgendwie als Scherz für dich selbst, als vereinnahmst den Begriff so ein bisschen, nennst dich so, ja ich bin ja hier auch Vogue, ironisch sozusagen, aber vielleicht hilft das denen auch nur und man, ja man, man möchte, die Rechten können dadurch halt einfach gegen den Strohmann kämpfen und haben keinen Widerstand. Ja genau, das ist eigentlich, hat das ja Political Correctness ersetzt. Das meint ja das Gleiche, soweit ich weiß. Und das war ja dann auch übersetzbar, okay im Deutschen dann politische Korrektheit, aber abgekürzt PC, noch kürzer als Vogue eigentlich. Das ist ja halt auch das Typische, dieses möglichst kurze Begriffe. Ich möchte aber nochmal was wegen diesen, was auch zwischen rechts und links und rechts sich da unterscheidet und was auch dieser Sprache zuarbeitet, das ist, das hattest du gerade auch schon angedeutet, dass dieser Form-Inhalt-Unterschied, und es gibt von meinem Lieblingsphilosophen, der sagt, dass die wesentliche, die wesentliche Differenz in der Philosophiegeschichte, das ist der Materialismusstreit und der Materialismusstreit sagt, ist eigentlich die Materie vorgängig, Materie im Sinne von die Natur erschafft sich aus sich selber oder braucht es da einen schöpferischen Geist von außen, der diese passive Materie mit Leben einhaucht. Und das ist dieses Materie, Masse, das ist dann halt eher was links gedacht wird, auch weil da auch der Begriff der Selbstorganisierung ist, kommt aus sich selbst raus. Man braucht keinen Führer, man braucht keinen Gott, kein Gott, kein Staat, kein Vaterland, das kommt aus sich selber heraus. Das ist Selbstorganisierung und dieser Materialismus, der war eigentlich immer in der Philosophiegeschichte links. und da geht es halt eher um Inhalte, während das ja der Idealismus als Gegenstück, der arbeitet dann sehr stark mit Formen. Das Formen, was dann halt die Materie muss geformt werden, die kann sich nicht aus sich selbst heraus, die Formen muss ja reingebracht werden und da kriege ich das ja bei den ganzen Hassnachrichten auch mit, wenn es argumentativ nicht weitergeht, dann sind es halt meine Haare, dann sind es irgendwie, was weiß ich, wie ich aussehe und so weiter. Es geht dann gegen Äußerlichkeiten so und da sind natürlich weiße, hetero Männer, wie ich das bin, erst mal im Vorteil, weil ganz gerne und sehr viel häufiger dann eben gegen People of Color geschossen wird, gegen schwule, lesben, trans, die ganzen super heftigen Angriffe gegen Trendsmenschen so, gegen Menschen, die halt diesem typischen Bild von Männlichkeit und Weiblichkeit nicht entsprechen und das ist halt, das spielt auch nochmal eine Rolle und das wird natürlich von rechts sehr viel eher bedient, dieses auf formale Sachen eingehen statt auf Inhalte. Ja, das ist sowieso eine Strategie, die glaube ich von der AfD am effektivsten ist, dass sie über die, natürlich wieder die sozialen Medien, über die Medien generell versuchen, nicht in demokratischen Diskurs zu gehen, sondern mit Fakten zu arbeiten oder sonst was, sondern einzig und allein den Gegner machen wir lächerlich, wir lassen den inkompetent wirken, verrückt und gefährlich und wir selbst sind die Antithese dazu und da ist natürlich auch immer so die Frage, ja wie geht man jetzt damit um, wie geht man mit der AfD um, wie zeigt man den Menschen, dass die AfD keine gute Partei ist und ich glaube inzwischen ist es so, dass dadurch, dass die AfD natürlich auf vielen Ebenen arbeitet, auf der einen Seite sich selber als Alternative präsentieren, auf der anderen Seite Gegner als lächerlich darstellen, dass beispielsweise, wenn ich jetzt einfach nur aufzeige, die AfD ist menschenfeindlich, die AfD möchte Millionen von Menschen aus dem Land verweisen, dass das gar nicht so viel bringt, weil ich habe dann immer noch fünf, sechs andere Ebenen, auf denen ich die Menschen, die die AfD gerade sympathisch finden, überzeugen muss. Beispielsweise, wenn ich dem AfD-Wähler sage, ja pass auf, die AfD ist eine menschenfeindliche Partei, sagt er mir, ja aber die Ampelregierung ist dann noch viel menschenfeindlicher, weil er da so viel Propaganda inzwischen geschluckt hat, dass er denkt, ja die Robert Habeck dringt irgendwie in meinen Keller ein und reißt die Heizung raus und dann weiß ich was, tut er meinem Hundebaby was oder so und da muss ich, da sind wir plötzlich als Linke in der Situation, wo wir eigentlich für die Regierung sprechen müssen und wo wir vielleicht auch mal zeigen müssen, ja Moment mal, die Regierung kann es ja gerne kritisieren, aber die wollen gerade nicht das deutsche Volk auslöschen oder so und dass da irgendwo das ganz wieder, man muss eben die anderen Ebenen auch bekämpfen und dafür muss man die auch eben erstmal identifizieren und das ist das ist da wieder wieder eine große Schwierigkeit. Ja. Ich hatte gerade noch einen Punkt, der ist jetzt weg. Es tut mir leid. Ja, ich wollte das nur zwischendurch einwerfen, sonst was mich da interessieren würde oder hast du es? Ja, ja, ich habe es wieder. Das ist halt auch ein Punkt ganz oft, wie gesagt, wir müssen halt genauso zurückschlagen. Wir müssen halt die AfD lächerlich machen und so weiter und das denke ich mir eben auch aus einer aufmerksamkeitsökonomischen Perspektive, das generiert Klicks. Ja, also Bild-Zeitung von rechts, wir müssen auch so Metaphern dagegen setzen und so weiter, aber es klappt halt nicht. Von links meinst du? Ja, genau, von links, also quasi das gleiche Spiel von links dagegen und das klappt halt nicht. So ein Populismus von links ist immer schwierig, weil es einfach, wie ich schon sagte, es geht darum, dass es ja komplexe Auseinandersetzungen geben muss. Das ist ja das genau das Ernstnehmen, der von Gleichen unter Gleichen ist eben, dass man sagt, hier, wir müssen, wir dürfen uns das nicht zu einfach machen. Wir müssen alle mitnehmen. Wir müssen halt, wir können jetzt, was weiß ich, wenn wir halt dann anfangen, logistisch halt über AfD-Law herzuziehen, dann kann das ein kurzer Punkt Gewinn sein, aber eigentlich arbeiten wir dann dem Lukismus in die Hände und damit quasi in der rechten Position. Wir sind dann ja quasi rechts, damit haben die dann quasi schon gewonnen. Ja, das ist das, das ist immer so etwas, womit man, also am liebsten hätte ich natürlich, okay, man bringt den Menschen die Fakten und die Fakten haben auch eine gewisse Reichweite und dann in Social Media, weil ich rede so viel darüber jetzt auch in dem Gespräch, weil das eigentlich für mich wirklich so ein großes Kernthema ist, da ich ja auch in den sozialen Medien bin und da ist meine Hoffnung immer so eine Strategie, die irgendwo auch eine Mischung ist, dass auf der einen Seite ich, man beispielsweise die, die Hauptakteure aus der rechten Szene, dass man, weil die auch Influencer haben, dass man die zum Beispiel durch den Kakao zieht, wie das eine Heute-Show auch machen würde und dafür dann aber und damit dann beispielsweise Aufmerksamkeit generiert, Menschen mobilisiert, auch Menschen gewinnt für sich, die man dann wieder politisieren kann. Einfach, dass man mehr Aufmerksamkeit hat, mehr Fans sozusagen dann natürlich auch erreicht und irgendwo Menschen aus einer unpolitischen Mitte zum Beispiel holt, die man dann eben aufklären kann und dadurch eben auch so ein Sog nach links entsteht. Das wäre so meine Hoffnung natürlich irgendwo für die nächsten Jahre oder sowas, weil aktuell haben wir so einen Sog nach rechts. Alle Parteien orientieren sich zum Beispiel an der Migrationspolitik der AfD. Es wird gar nicht mehr darüber diskutiert, dass man einfach Migration ermöglicht, sondern alle haben eine andere Lösung dafür, wie man jetzt Ausländer rausschmeißt aus Deutschland, mal härter, mal weniger hart und das sehe ich, da gibt es so einen Sog von rechts nach rechts und da ist meine Hoffnung, indem man natürlich irgendwo mehr Menschen nach links zieht, dass dann eben wieder eine Orientierung entsteht von anderen Akteuren, okay, vielleicht müssen wir auch, damit wir diese Menschen wieder zu uns holen, dass man dann auch wieder versucht eben irgendwo linke Themen in verschiedenen Abstufungen zu bedienen. Aber es ist halt eben schwer. Also ich habe da auch noch kein Rezept gefunden, beispielsweise in sozialen Medien jetzt die Reichweite zu generieren mit demokratischer, faktenorientierter Politik. Ja, genau. Ich spreche auch jetzt gar nicht gegen Humor. Also im Gegenteil. Ich habe unglaublich oft schon gelacht über die AfD, weil die einfach so oft so unfreiwillig komisch sind, weil die einfach Sachen nicht checken und dann aber dieses arrogante Auftreten haben. Das ist ja an sich dann schon halt unfreiwillig komisch und darüber darf natürlich auch gelacht werden. Das ist ja auch was Gesundes. Und das darf dann auch verbreitet werden, weil das ja gerade halt diese ignorante, arrogante Haltung ist, denen dann auf die Füße fällt und die dann auch so unfreiwillig gucken. So, das finde ich gut. Und ich denke ja auch, die meisten Comedians, politischen Comedians sind halt eher links. Das ist ja, das hat ja auch seinen Grund darin, dass es einfach, dass es einfach wirklich oftmals sehr witzig ist, wie die da agieren. Ja, auch nach oben boxen. Nach oben boxen ist meistens sympathischer als nach unten zu boxen. Und dadurch sind halt die meisten Comedians auch im englischsprachigen Raum in der Regel links. Meistens geht es ja auch darum, irgendwo beispielsweise mit gesellschaftlichen Konventionen zu spielen, mit diese durch den Kakao zu ziehen, die bestehenden Verhältnisse zu kritisieren, beispielsweise bei Satire. Und das will ja der Rechte nicht. Also der, dass dann eben mit den Normen, festgelegte Normen, dass die zum Beispiel kritisiert oder aufgebrochen werden. Ja. Und ich bin mir auch noch gar nicht mehr so sicher, ob die Rechten tatsächlich so auf dem Vormarsch sind. Ich finde gerade bei den Demonstrationen hat man das gesehen, dass es anscheinend, also so viele Menschen kriegen die Rechten nicht auf die Straße, wenn sie wollen. Genau. Also was halt eine Riesengefahr ist, ist natürlich die, dass sie an die Regierung kommen. Das ist mit ihren Sachen. Und das ist weltweit, also gerade mit Trump vor allen Dingen, ist es halt eine richtig, richtig große Gefahr. Und das will ich jetzt überhaupt... Also ich höre dir noch weiter zu. Ich muss mal die Katze in den Raum. Tatsächlich eine Katze zu. Also das ist halt überhaupt... Das will ich überhaupt nicht kleinreden. Aber wenn wir uns die Einstellungen anschauen der Menschen, dann ist es halt klein. In den 80er Jahren gab es halt, hatten 20 Prozent der Bevölkerung geschlossen, rechtes Weltbild mit Führer und so weiter. In Westdeutschland. Und das haben wir heute auch. Allerdings wählen die jetzt AfD. Damals haben die nicht zu 20 Prozent NPD gewählt. Ja. So von den Einstellungen hat sich da gar nicht so viel getan, was Auslanderfeindlichkeit und Führerstaat und so weiter angeht. Was sich aber sehr viel getan hat, ist, dass der Feminismus sehr viel erreicht hat, meiner Meinung nach. Ja. Wenn man sich so das Geschlechterbild der 50er Jahre anschaut oder auch noch der 70er Jahre und dann das von heute, dann hat sich da sehr, sehr viel geändert. Vor allen Dingen auch, was Rechte von Schwule und Lesben angeht, aber auch überhaupt Einstellungen. Aber auch kulturell Fleischkonsum. Ich bin seit 86 bin ich Vegetarier und ich weiß halt, wie schwer das 86 war, sich als Vegetarier zu ernähren, weil es gab einfach, gerade in Deutschland gab es echt wenig so an Sachen und heute ist das normale, heute ist sogar veganes Essen wird überall angeboten und das sind ja auch Kulturfragen. Und ich glaube, dadurch fühlen sich jetzt die Rechten immer mehr auch in die Ecke gedrängt. Dass sie denken jetzt, ich darf nicht mal mehr mein Schnitzel essen, ohne komisch angeguckt zu werden, ich darf keinen Diesel fahren. Und auch das, also ökologisch hat sich auch viel geändert. Auch da ist es stärkbar. Muss man doch. Dass das so nicht, also dass da irgendwie jetzt, natürlich gibt es, also jetzt zum Beispiel hier auch online haben wir eine sehr, eine sehr, eine sehr starke so Tierschutz-Community, das gehört hier praktisch eigentlich dazu, sodass man, also auch ich ernähre mich vegan und wurde dann nochmal ein bisschen prinzipientreuer und habe mir mehr Gedanken dazu gemacht durch eben, durch eben Social Media und mein Agieren hier. Aber trotzdem in der Gesamtbevölkerung sind das ja vielleicht drei Prozent und es hat jetzt nicht so den großen Einfluss. Ja, aber wie gesagt, über soziale Medien können eben die Rechten aus jedem Vörlefanz irgendwo ein großes Thema machen und eben auch den größten Strohmann aufbauen. Also es reicht ja vollkommen, dass irgendwer in Deutschland bei einem, weiß nicht was, einer Veranstaltung in der Schule irgendwie vorschlägt. Ja, wie wäre es, wenn die Kinder Arabisch lernen, alle, damit die Integration gefördert wird. Irgendwer schlägt das vor, reicht vollkommen aus, dass dann die Bild-Zeitung darüber berichtet. Dann wird dieser Artikel in sozialen Medien rumgereicht. Dann noch, dann werden da ein paar Videos drüber gemacht und ja, und dann irgendwann glaubt dann halt jeder, dass jetzt irgendwie die Linken wollen oder die Ampelregierung möchte, dass alle Menschen Arabisch lernen. Ja, genau, das ist das Ding und ich denke, auch bei dem Fleischkonsum, das wird ja nicht verboten. Also es ist ja nicht so, also mir geht es halt darum, dass ich die Möglichkeit habe. Ich hätte gerne die Möglichkeit, mich möglichst vegan, vegetarisch zu ernähren. Und ich habe das eigentlich immer toleriert, wenn Leute, wenn ich in einer WG gewohnt habe, wo Leute Fleisch gegessen haben, dann hätte ich, wollte ich gerne, dass das nicht in den gleichen Topf kommt oder so. Ja, aber das, aber ich, ich habe die Person ja nicht dafür, denn ich hätte, ich hätte ja niemals gesagt, ich verbiete dir jetzt Fleisch zu essen. Und, so das, aber, was sich da schon ändert, ist, dass das nicht mehr selbstverständlich ist. Also ich sage, ich rede jetzt über Fleisch essen, ich könnte auch über Geschlechterpolitik reden, also über diese ganzen kulturpolitischen Sachen. Ja. Das ist, und da finde ich so einen Ausspruch von Björn Höcke ganz spannend, der hat mal gesagt, Heimat ist da, wo man sich nicht erklären muss. Und, ich glaube, das drückt sehr viel aus von dem, wo die Leute jetzt total wütend werden und ausrasten, weil sie das Gefühl haben, ihr normaler Lebensstil, den müssen die plötzlich erklären. Die müssen plötzlich erklären, warum sie Fleisch essen. Während vorher mussten immer Vegetarier erklären, warum sie eigentlich kein Fleisch essen wollen. Ja. Ja, dann kamen die Witze über was weiß ich, dann kamen diese ganzen Witze und so. Und jetzt sind es plötzlich Fleischesser, die dann vielleicht, wurde dann gefragt, warum isst du eigentlich noch Fleisch, weißt du nicht, so und so. Ich verliebe noch die Argumentation, also die Kommunikationsmöglichkeiten geben, glaube ich, auch her, dass längere Diskussionen entstehen und da zieht dann halt der Fleischesser sehr schnell irgendwo den Kürzeren und das, aber gleichzeitig kickt dann die kognitive Dissonanz und man möchte eben diesen Lebensstil nicht ändern, weil das ist dann anstrengend und natürlich können wir das auch auf anderes übertragen, irgendwie Autofahren oder, also nehme ich, oder fliege ich in den Urlaub, benutze ich die und die Begriffe noch, die nicht mehr zeitgemäß sind und so weiter und so fort. Genau. Also irgendwo muss ich selber mich verändern. Ja, also diese Widersprüchlichkeit, diese kognitive Dissonanz, die macht natürlich wütend, ne, das ist, wenn was vor allem unbewusst nicht stimmt, ne, man merkt die ganze Zeit, da stimmt was nicht und das ist ja, das, äh, Menschen können ja nicht nicht argumentieren, Menschen müssen, sind ja ständig mit sich selber im Argumentieren und, äh, wenn dann halt, äh, da, klar ist, da ist ein Widerspruch, dann, ähm, macht das halt, kann das nach außen sehr wütend machen, ne, das, ähm, vor allen Dingen dann, wenn man es eigentlich schon eingesehen hat, aber das nicht ändern kann, will, ähm, dann macht das wütend. Genau, und, ähm, das ist halt, aber es reicht ja auch erstmal nur, auch, äh, wenn das jetzt gar nicht ständig, wenn die gar nicht ständig unter Zugzwang sind, sich erklären zu müssen, es reicht es ja schon aus, dass die Gefahr besteht, sich erklären zu müssen und deswegen ja auch der letzte Wahlkampf von der, von der AfD, Deutschland, aber normal. Das ist genau das, was Höcke gesagt hat. Ja, zurück zur Harmonie, ohne irgendwie Klimawandel, ähm, ohne, ähm, ja, Kriege und so weiter. Es gibt eine ganz einfache Lösung für alles und wir halten uns aus allem raus und wir müssen nicht über Waffenlieferungen oder sowas nachdenken, sondern, ja, wir haben halt einfach, ne, wir haben auch keine, keine Corona-Maßnahmen, ne, alles ist einfach wie immer und man muss selber gar nicht irgendwie sein Leben anpassen an bestimmte Verhältnisse. Ja, genau, aber warum ist das so? Warum, warum, weil ich denke, ähm, Heimat, ähm, wenn ich jetzt nicht von so einem nationalen Heimatbegriff ausgehe, sondern Heimat als Ort, wo ich mich wohlfühle, wäre für mich Heimat ein Ort, wo ich, ähm, wo ich mich erklären kann, ne, nicht, wo ich mich nicht erklären muss, sondern wo ich mich erklären kann. Äh, Heimat wäre für mich etwas, wo ich, äh, Sachen klären, wo ich Probleme klären kann, wo ich die Macht habe, mich zu erklären, ne, wo ich sagen kann, ja, ich bin so und so, ne, und die anderen sagen, ja, toll, so, ne, oder wo ich, ähm, dann auch, äh, nicht nur mich erklären kann, sondern wo ich tatsächlich auch Sachen verändern kann, wo ich wirkmächtig bin, ne, und, ähm, das wäre für mich Heimat, wo ich dann im Prozess mit anderen Leuten, äh, gerade um etwas zu verändern, man will ja auch Sachen verändern eigentlich, ne, ich will ja nicht, äh, dumpf vor mich anleben und, äh, dann irgendwann gestorben sein und dann zurückdenken und sagen, ja, es war stumpf, ne, das ist, äh, es geht ja auch um Veränderung, aber ich glaube, dass, ähm, dass da, dass da dann der Kapitalismus eine ganz große Rolle spielt, dass der Kapitalismus, ähm, die Menschen, wenn ich jetzt, ich denke jetzt halt an ärmere Menschen, ne, dass die dann halt, ähm, ja, so, ja, ausgelaugt sind, dass, dass die dann denken, okay, ich, äh, muss am nächsten Tag wieder arbeiten, Hauptsache, ich kriege das irgendwie hin, Hauptsache, ich verliere meine Wohnung nicht, ich will, ähm, einfach nur meinen Lebensstandard halten, ne, und ich will mich gar nicht ändern, das, wenn wir, ich kriege das ja so schon nicht hin, und jetzt soll ich auch noch, äh, aufhören, Fleisch zu essen, ich hab doch nichts anderes, ne, ich, so, das, ähm, ähm, ich hab schon wenig, jetzt soll ich noch weniger haben, ist dann das Gefühl, was da vielleicht ein Mensch hat, und, ja, oder, ich bin, ich mach so, ich mach doch alles, was eigentlich von mir verlangt wurde, ne, und eigentlich müsste es mir doch dann jetzt gut gehen, ich arbeite doch 40 Stunden die Woche, eigentlich müsste es mir doch gut gehen, so, und jetzt kommen plötzlich da irgendwelche Leute und wollen nochmal ganz viel von mir, und, äh, ich weiß gar nicht, was sie alles von mir wollen, ich weiß gar nicht, warum, und, äh, ja, die sollen mich einfach in Ruhe lassen, so, die sollen einfach weg, das, ich will das nicht, so, ich, äh, will weiter meine, meine, meine Ruhe und, äh, so. Ja, es ist halt, es ist halt wieder zurück zu einfach, ne, oder man, man behält eine, ich glaube auch deshalb auf dem Land, ne, es ist sehr häufig, also, rechte Denkmuster meistens häufiger vertreten, natürlich auch, weil dann die progressiver denkenden Menschen wahrscheinlich eher in die Städte ziehen, dann irgendwann, ähm, dass das dann durch so ein Aussortieren ist, aber, ja, weil man möchte eben einfach so eine Idylle beibehalten, und das ist ja der Klassiker auch aus dem Mittelalter, dass dann, okay, die Kuh ist irgendwie im Dorf gestorben, ja, dann muss es der Fremde sein, der vor zwei Tagen hier reingezogen ist, der muss dann schuld sein, ähm, das heißt, dieser Störfaktor wird dann gesucht, der vorher nicht da war, und, äh, dann auf große Gesellschaften übertragen, okay, wir haben jetzt, weiß nicht was, da kommt eine Finanzkrise, vorher haben wir die, äh, gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert, ja, okay, dann wird das der, der Störfaktor sein, wenn wir das zurückdrehen, dann, dann ist alles wieder top, und, äh, dass diese, dieses Denken, nun mal manche Menschen ereilt, und, äh, da gibt es ja auch Untersuchungen, dass gerade zum Beispiel konservative Menschen häufig, ähm, ja, sehr viel anfälliger sind für Dinge, die denen Angst machen, ähm, ähm, also stärker, stärker unter Angst dann auch leiden, und progressivere Menschen meistens offener sind, ruhiger sind, und, äh, dementsprechend dann auch mit Veränderungen besser klarkommen. Aber ja, wie du schon sagtest, wenn ich dann arm bin, wenn die Verhältnisse, also leider, so, das, als Linker wünscht man sich ja gerade, dass die Arbeiterklasse, dass die Armen, sich, äh, natürlich stärker für linke Positionen dann auch einsetzen, für linke Veränderungen, für Reformen, aber leider gerade dort, ähm, sind ja häufig dann autoritäre Denkmuster weiter verbreitet, eben wegen den schweren Verhältnissen, in denen, äh, Menschen dann leben. Ja, und das kommt ja nochmal hinzu, dass es, ähm, bestimmten Menschen dann noch einfacher fällt, sich zu verändern als anderen, ne, wenn ich halt in Münster, wo ich lebe, kein Auto fahre, ich brauche hier keinen Führerschein, aber da, natürlich kann ich sagen, was soll das mit einem Auto, es ist halt alles umweltschädlich und, ja, hat überhaupt keinen Sinn, ähm, aber wenn ich jetzt auf dem Land leben würde, ähm, und ich hätte einen Job, wo ich halt einfach, äh, viele fahren muss, äh, dann kann ich das nicht so einfach machen, so, ne, das ist halt wirklich, äh, schwierig, so, und, ähm, und das betrifft dann vor allen Dingen auch, äh, denke ich, Ärmere, so, dass, das für die einfach auch schwieriger ist, so, ähm, äh, sich da zu verändern, und, ähm, da wird, glaube ich, auch zu wenig, ich glaube, dann ist es, äh, ist halt dieser moralische, äh, dieser moralische Anspruch, äh, äh, größer als das, was wirklich zur Verfügung gestellt wird, um das tatsächlich ändern zu können, das, und, ähm, genau. Ja, es ist schwierig am Ende, wie man die Menschen dann zurückholt, äh, ne, man muss eigentlich sich da, also, meine Erfahrung dann auch mit eben dem AfD-Wähler ist, dass er in, äh, praktisch 99 Prozent der Fällen, ähm, wirklich verschwurbelt ist, also an verschiedene Verschwörungstheorien glaubt, und, äh, dadurch, äh, kommunizierst du mit dem auf einer ganz anderen Ebene, also, von Wahlkämpfen, äh, kenne ich dann beispielsweise den CDU-Wähler, also der CDU-Wähler auf dem Land, der interessiert sich dafür, dass jetzt mal die Straße da drüben ausgebessert wird, dass, äh, die, äh, auf dem Spielplatz, ähm, das Klettergerüst, dass das doch mal bitte, ähm, repariert werden soll. Das sind dann vollkommen weltliche Diskussionen, die man dann mit dieser Person führt, und, äh, wenn ich dem AfD-Wähler dann aber begegne, ja, der glaubt halt an die gutesten Verschwörungstheorien, ähm, wo man dann plötzlich darüber, also, ne, der wählt dann irgendwie in den Stadtrat die AfD, damit die George Soros bekämpfen, ähm, weil der, der Allerböseste ist, was dann gar keinen Sinn mehr ergibt, und, ähm, dadurch hast du auch, hast du eigentlich das Gefühl, du müsstest diesen Menschen irgendwie packen, ähm, den erstmal, äh, fünf Tage in einen Raum sperren, und dich permanent mit dem auseinandersetzen, und den unterhalten, damit der, damit man wirklich alles mal aufdröseln kann, woran der da glaubt, und man wirklich viel Zeit hat, den zu überzeugen, weil das eine YouTube-Video oder so, das anderthalb Stunden, äh, geht, also reicht einfach nicht gegen diesen permanenten Strom, ähm, der aus seinem Telegram-Kanal da auf ihn einprasselt, und ich hab auch schon mal von einem, äh, von wirklich so jemandem, der sich auch selber als Rassisten sieht, ähm, gehört, er hat auf seinem Handy immer Videos von, ähm, Schwarzen, die Weiße verprügeln, um sich selber aufzuhalten, um sich selber wütend zu machen, was ich super schockierend fand, ne, weil er guckt sich die immer wieder an, wenn er kann, einfach damit er weiß, wofür er da eigentlich das Ganze macht, was eigentlich sehr bezeichnend ist, aber, um trotzdem noch mal, ähm, äh, zu der AfD auch noch mal zu kommen, ähm, in der ganzen medialen Berichterstattung, gibt es da irgendwas, ähm, was du durch deine Arbeiten über die AfD erfahren hast, aber was dir fehlt in der Berichterstattung, wo du sagst, boah, da, ähm, darüber wird irgendwie gar nicht berichtet, obwohl das ja auch ein krasser Punkt ist, äh, was die AfD betrifft. Ja, also gar nicht jetzt AfD, ne, aber das Vorfeld der AfD, das, oder das Umfeld, das, das, da wird viel zu wenig drüber berichtet, weil ich denke, ähm, äh, wenn ein neuer Faschismus kommen würde, dann wäre der anders als der Faschismus von Mussolini oder, oder von Hitler. Das wäre ein sehr viel kapitalistischer, ähm, Faschismus, einer der, wo der, wo der moderne Kapitalismus quasi, äh, mit seinen Outsourcing, mit seinen, äh, Just-in-Time-Produktionen und so weiter abfärben würde, auf diesen neuen Faschismus. Der würde quasi da Mechanismen aus diesem sogenannten post-fordistischen, wie das heißt, äh, aus diesem post-fordistischen Kapitalismus, ähm, diesen modernisierten Kapitalismus, der, das würde der Faschismus wahrscheinlich auch übernehmen, so wie damals auch, äh, der Nationalsozialismus bei aller Rückwärtsgewandtheit, natürlich auch die modernsten Technologien von Volksempfänger, äh, Autobahnen und so weiter, auch, äh, Volkswagen, äh, auch übernommen hat, ne, das, ähm, von daher müssen wir uns den, uns den neuen Kapitalismus anders, den neuen Faschismus anders vorstellen. Und da denke ich, dass die ganzen Ideologien von Höcke und Sellner und so weiter einerseits sehr rückwärtsgewandt sind, aber andererseits auch lernen könnten von neueren Bewegungen, die sich jetzt zum Beispiel abgebildet haben, bei Millay, dieser, ja, die sogenannte Libertarismus, Argentinien, genau, ne, das, ähm, das gar nicht mehr so sehr jetzt, äh, auf so einen super starken Staat geguckt wird, sondern dass es dann auch outgesourced wird. Also ich kann mir auch eine faschistische Privatarmee vorstellen, ne, das war super gut, so, das, ne, und, äh, auch dieser, ähm, bei diesen Großdemos. Ja, in Russland zum Beispiel gab's die Gruppe Wagner, ne, das ist, äh, ja, genau, ja, und auch die, äh, ich will ja mal Blackrock sagen, das ist was anderes als Black, ich glaube Blackstone heißen die, ne, Blackwater, 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 genau, Blackstone gibt's auch, Blackwater war diese, andere Organisation, ja, äh, Blackwater, ähm, die hängen, glaube ich, auch zusammen mit einer Förderung von antifeministischen Gruppierungen in den Vereinigten Staaten, ne, äh, äh, ähm, gibt's Überschneidungen, also da, ähm, ja, und, ähm, bei diesen Großdemonstrationen, äh, die ja auch diese Korrektiv, also der Auslöser war ja Korrektiv, Korrektiv-Reportage, da wurde sehr oft über diese Musterstadt gesprochen, im Zusammenhang mit Remigration, aber es hat niemand ausgeführt, wo jetzt tatsächlich, ähm, wie das dann vonstatten gehen könnte, was Sellner sich da vorgestellt hat, ne, und, ähm, da gibt es aber Pläne, ne, und über diese Pläne wurde nie berichtet, ich meine jetzt aber nicht Sellners Pläne, über die wurde auch nicht berichtet, also er hat ja auf Twitter, auf X, hat er das ja dann ausgeführt, ne, wie er das konkret vorhat, ähm, dass es dann, äh, Ankerzentren geben soll in Nordafrika, und das beste, in Anführungszeichen, Ankerzentrum, wo die Leute dann zurückgeführt werden, daraus wird dann, ähm, eine, Großstadt gebaut, von der Fläche her so groß wie Berlin, das ist dann quasi so die Musterstadt, da dürfen dann die Migranten, die dahin dann abgeschoben werden, die dürfen dann noch selber Hand anlegen, wenn sie wollen, und in dieser Musterstadt dürfen dann auch, die darf auch diese ganze, ähm, äh, Industrie, in Anführungszeichen, der Leute, die sich halt ständig Sorgen machen, und Migranten, die dürfen dann auch hingehen und dort dann ihre Sorgen ausleben, ne, das, die dürfen dann alle dahin, und, ähm, wer sich dann halt gut führt in dieser Musterstadt, der kann dann dort auch sein Leben aufbauen, und wer sich dann nicht gut führt, der kommt dann halt in so ein Ankerzentrum, ne, das ist so dieser Plan, und dann, äh, reicht ein Anker, eine Stadt, von der Fläche von zwei Millionen, reicht da nicht, jetzt muss es noch mehr von diesen Städten geben, weil es müssen ja allein aus Deutschland, müssen ja zehn, zwanzig Millionen Menschen weg, und darüber wurde nie berichtet, ne, dass es diese Pläne gibt, und dass tatsächlich es Planungen gibt, von der CDU, von bis weit in die CDU, bis weit in die SPD hinein, solche Städter zu bauen, ne, es gab von, in Thüringen eben diesen Tiefensee, Wirtschaftsminister, der gesagt hat, wir müssen entlang der Fluchtrouten so Future Cities aufbauen, es gibt eine Szene von Privat, von Leuten, die auch in Jordanien schon damals Stadtstrukturen geschaffen haben, für die UN, ne, im Auftrag der UN haben die halt in Jordanien in so einer Mega, äh, in so einem Mega-Flüchtlingscamp Stadtstrukturen geschaffen, und, ähm, die haben vor, Refugee Cities zu bauen, also Flüchtlingsstädte zu bauen, und wollen das dann zusammen mit, ähm, Leuten machen, die in der Privatstadtszene in Honduras mit diesem Prospera und so weiter, aktiv sind, ne, das heißt, ähm, es gibt ganz viele Pläne von der CDU, dass sie sagen, drittere, äh, sicherer Drittstaat in Afrika oder im globalen Süden, dort werden alle Anträge gestellt aus Europa, niemand kommt mehr nach Europa, und wer sich dann, wer dann halt anerkannt ist, darf dort in diesem sicheren Drittstaat bleiben, ne, es gibt in Albanien Strukturen von Italien, also Italien hat, ein Abkommen mit Albanien, es gibt die Offshore-Städte in, von, von Australien, die halt Geflüchtete auf Inseln abschieben, es gibt, äh, von Großbritannien mit Ruanda diese Gespräche, ne, das heißt, Was er Jens Spahn sogar schon, glaube ich, vorgeschlagen hatte, ne? Genau, das ist total konkret, diese Musterstadt von dem Sellner ist total konkret, das ist nichts, äh, völlig Absurdes, das ist, denke ich, äh, das wird jetzt angegangen, es wird jetzt verhandelt mit den entsprechenden Staaten, und das ist halt so die neue faschistische Gefahr, die ich da sehe, dass der Faschismus quasi outgesourced wird, eine schöne neue Welt, so. Ja, man nutzt die Vorzüge der Globalisierung und eben dann auch, äh, bessere Möglichkeiten heutzutage, dann auch so, solche Projekte in anderen Ländern, ähm, anzugehen, ähm, ja, Ja, aber das ist, äh, ich, ich glaube tatsächlich, dass am Ende das auch wieder einfach zu anstrengend ist, zu schwer umzusetzen, und das dann noch arger, ähm, noch, noch krasser eskalieren kann, dass man sich dann denkt, ja gut, ne, das ist jetzt auch, also Millionen von Menschen aus dem Land kriegen wir nicht, aber vielleicht kriegen wir die irgendwie beseitigt. Und, ähm, das, was, glaube ich, auch viele vergessen ist, in den letzten Jahren innerhalb der AfD sind ja viele Menschen gegangen, ne, äh, Lucke zu Anfang, dann Petri, dann, äh, Meuthen, ähm, ähm, aber, äh, also, ich glaube, viele vergessen, äh, die Riege, die jetzt da gerade am Start ist, an der Macht ist, die kann ja auch in ein paar Jahren irgendwie manchen Leuten zugemäßigt sein und plötzlich sind die dann raus und geben dann irgendwelche Interviews und, äh, äh, treten in Fernsehsendungen auf, wo sie dann erzählen, ja, wie sie dann damals schon erkannt haben, wie schlimm die AfD war und nichts mehr dagegen machen konnten. Ähm, ne, das kann ja auch immer noch passieren, dass da plötzlich noch viel krassere Leute, ähm, es an die Spitze schaffen, von denen wir jetzt noch gar nichts wissen oder so, oder nur am Rande mitbekommen. Ja, ich hoffe nicht, also ich denke auch noch, das ist vielleicht sowas, was ein bisschen dagegen spricht, ähm, meiner Meinung nach hat der Nationalsozialismus auch dadurch Leute mit Parteimitgliedern bekommen, weil es damals diese schwarze Pädagogik gab, diese, in Anführungszeichen, also diese autoritäre Pädagogik, wo die Kinder verprügelt wurden, ne, und so weiter, da hat ja Klaus Teweleit viel zu geschrieben. Und wir haben jetzt eine andere Pädagogik, die Kinder sind ja nicht so, dass sie ständig in der Schule geprügelt werden und dieses Prügeln, das schafft, denke ich, äh, die Leute für den Faschismus. So, und da hoffe ich einfach, dass, ähm, dass es dann nicht nur in Deutschland nicht, auch in ganz Europa ist es ja so, selbst in den Vereinigten Staaten, äh, was heißt selbst, also, äh, also, dass halt wir aufgrund dieser sogenannten Kuschelpädagogik, wie das immer so benannt wird, ähm, vielleicht doch nicht so bereit sind für so einen Faschismus, wie damals halt mit der autoritären Pädagogik, ähm, ähm, äh, der Faschismus dann sich Bahn brach, ne? Ja, meine Befürchtung ist immer, das ist immer Hoffnung von mir. Meine Befürchtung ist immer, dass der Faschismus sich doch irgendwo anpassen kann, dass er auch eine Möglichkeit findet, ähm, Menschen, äh, dann zu, äh, ja, also, den Denkmuster eintrichtert, auch wenn sie beispielsweise, also, ich bin ja selber Erzieher, also, ich bin da hautnah, ich arbeite auch im Kindergarten aktuell, äh, vor einer Grundschule gearbeitet, wo wir genau eben diese demokratische Pädagogik umsetzen und wo wir sehr viel Wert darauf legen, dass die Kinder selber mitbestimmen, dass sie Autoritäten hinterfragen, dass, äh, die Kinder zu Diskussionen verleitet werden, dass sie auch über Dinge nachdenken sollen, die eigentlich schon, ähm, äh, ja, über, über ihre, einfach ihre Sichtfeld hinausgehen und, äh, das ist dann auch immer ein Riesenspaß, dass man sieht auch richtig, wie die Kinder aufblühen und, äh, wie toll sie sich dann entwickeln und, ähm, es ist auch einfach, es macht die Arbeit für einen selbst auch angenehmer, aber ich kann es mir immer wieder vorstellen, dass das dann doch möglich ist, auch das Ganze wieder, wieder zu brechen, ähm, beziehungsweise, äh, genau diese Denkweisen zu nehmen und sie halt in eine ganz komische Richtung zu lenken, ähm, ähm, in den USA, ähm, ist es zum Beispiel so, dass jetzt, ähm, die Republikaner sich ins, ähm, ähm, ja, also vor allem dadurch selber ein Bein gestellt haben, dass sie, ähm, dass sie da Siege gegen Abtreibung errungen haben und tatsächlich die meisten republikanischen Wähler sind für Abtreibung und die Republikaner haben jetzt erkannt, okay, wir, ähm, also bei, bei, ähm, ähm, äh, wie soll man sagen, bei den, ja, bei den direktdemokratischen Prozessen, die es in den USA und den Bundesstaaten gibt, da verlieren, verlieren die Abtreibungsgegner die Wahlen, also die Abstimmung und meistens, äh, wird immer für Abtreibung, für legale Abtreibung entschieden und da haben die Republikaner jetzt, ähm, sehr aggressiv angefangen, ähm, das Curriculum in den Schulen, äh, so anzupassen, dass den Kindern schon viel, schon sehr früh, ähm, eine Abtreibungsgegnerschaft eingetrichtert wird, ähm, um dann in 10, 20 Jahren wieder davon profitieren zu können wahrscheinlich und ähnliches kann ich mir dann auch wieder vorstellen, äh, wie das so eine AfD in Deutschland versuchen würde. Ja, klar, Höcke ist ja auch Lehrer, ne, das ist ja auch, äh, das sagt er ja so oft gesagt, dass er, ähm, will eine positive Unterordnungsfähigkeit, ne, das ist, ähm, und dann, also der Faschismus würde sich dann quasi mit der AfD selber schaffen, aber das wäre dann, und das sagt Höcke ja auch, ein Generationenprojekt, ne, von daher denke ich, äh, Aber das ist krass, wie der dieser Sprech, der dann, äh, hat er wahrscheinlich in irgendeinem Buch, in seinem Buch oder sowas erwähnt, ähm, 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 positive Unter-, oder wie nannte es das gerade, oder wie nannte er es? Positive Unterordnungsfähigkeit. Positive Unterordnungsfähigkeit. Ich weiß nicht, was da positiv... Ich weiß nicht, was da positiv... ...lumeliger Ausdruck, ne, für, ja, gehorsam und, man soll, man soll auf die Autoritäten, ja. Naja, genau, gehorsam. ...iragisches Denken. ...macht sich nicht mehr. Ja. Genau, ähm, also da, denke ich, da haben die echt noch viel Arbeit vor sich. So, das ist, und, äh, da hoffe ich einfach mal... Ich glaube auch, dass das... ...und, wir dürfen noch nicht... ...wesentlich schwerer wird, als beispielsweise in den USA. Ja. Und wir dürfen noch nicht vergessen, dass, ähm, die AfD vor zwei Jahren bei sieben Prozent war. Mhm. Das ist, äh, das ist völlig absurd heutzutage, sich vorzustellen, aber die waren vor zwei Jahren, waren die bei sieben Prozent bundesweit. Ja. Das heißt, ähm, wenn die vor zwei Jahren bei sieben Prozent waren, ähm, könnte das theoretisch auch in zwei Jahren wieder bei sieben Prozent sein, ne? Könnte, oder bei 40 Prozent. Also, das ist, äh, aber, ja, kann... Ja, das... ...das, aber ich würde da, versuche da natürlich auch positiv, äh, dran zu gehen. Das Wichtigste ist eben festzuhalten, man muss was tun, also... Und, äh... Mir wird immer gesagt, ich bin zu negativ, deswegen. Nee, 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 nee. Also, ähm, ich versuche nur diese... Mir ist immer wichtig, also, ich bin halt auch einer, der sagt, Optimismus ist alternativlos, aber man muss machen. Also, es macht keiner für einen, man muss, man muss sich engagieren und wenn nicht jetzt, wann dann? Und, ähm, und deshalb, äh, die AfD wird bei sieben Prozent sein, wenn genug Menschen sich engagieren und dafür sorgen, dass sie bei sieben Prozent ist. Ähm... Exakt, ja. Ja, also, ich, äh, es war ja während der Corona-Zeit vor allem, dass, äh, die AfD dann verloren hat. Ich glaube auch wieder, weil ich damals die sozialen Medien wahrgenommen habe als, äh, also, da hatten die, da hatten tatsächlich mal Linke und faktenorientiert arbeitende Kanäle, ähm, hatten, äh, ein Riesenfest damals, also, Querdenker haben sehr viel Angriffsfläche geboten und waren auch, ähm, ich sag mal, für die Menschen Content darzubieten, ähm, in dem Querdenker durch den Kakao gezogen wurden, in deren, äh, in dem deren Führer durch den Kakao gezogen wurden. Das war damals, äh, ein großes Fest und dann eben, äh, profitabel, sag ich mal, auch aus einer politischen Sicht für, glaube ich, demokratische Akteure, äh, die teilweise jetzt immer noch, äh, dadurch eine gewisse Bekanntheit, eine gewisse Fanbase haben. Und ich glaube fest daran, dass halt über Influencer eine Menge funktioniert, also wirklich dieses Influencer-Ding, dieses Social-Media-Ding, dass Politik dadurch hauptsächlich gestaltet wird. Und, ähm, und aktuell ist es nicht so. Aktuell ist, äh, alles gegen die Woken und, äh, die Woken sind die Bösen und deshalb, äh, gerade, ähm, demokratische Akteure da ins Hintertreffen geraten, gerade rechte Akteure, äh, die Anti-Woken, ähm, davon profitieren. Und das ist immer so eine schwierige Frage, weil auf der einen Seite natürlich, wie du schon sagtest, damals gegen die Querdenker ist natürlich nicht schön. Also es ist ja nicht cool. Deswegen haben auch irgendwann die Leute damit aufgehört, weil, ähm, das halt immer wieder zu machen, man macht Menschen nieder, ist natürlich nichts, was man, äh, tun möchte und was auch nicht, ähm, was auf lange Sicht jetzt nicht gerade für ein stärkeres, demokratisches Denken wirkt. Aber ich glaube, dass dann, äh, sich mit der AfD zu assoziieren, ähm, dadurch, durch diese Verbindung mit den Querdenkern, dass das in Wahlergebnissen funktioniert hat. Und deshalb die AfD dann auch schwächer in den Bundestag eingezogen ist, als, ähm, noch in den, äh, noch in der Legislatur davor. Und, äh, jetzt gerade eben, ne, dieses Anti-Woke, dieses, äh, die Linken sind so lächerlich und inkompetent und so weiter, dass das genau wieder linken Parteien, linken, äh, Bewegung schadet und, äh, wieder die Rechten erstarken, weil man am Ende funktioniert viel über Identität, glaube ich, bei vielen Wählern. Ich möchte die AfD wählen, weil die sind gerade cool oder ich wähle die CDU, weil die sind gerade so unbefleckt. Da blamiere ich mich nicht, wenn ich am Essenstisch von meinen Freunden sage, ich wähle jetzt die CDU. Aber wenn ich jetzt die Grünen, wenn ich jetzt sage, ich wähle die Grünen, dann muss ich mich erklären. Ja, die sind doch für dieses Heizungsgesetz. Ja, da, die Annalena Baerbock ist doch so komisch und so. Und, ähm, und da ist das immer schwierig. Ich weiß nicht, ne, was ist, woran denkst du, wenn du sagst, okay, wir müssen die Menschen zurückgewinnen, wir müssen irgendwo diesen Kampf auch gewinnen, weil ich bin natürlich auch immer Freund von Aufklärung, aber es ist, es ist schwierig in den aktuellen Verhältnissen nur damit, Menschen zu gewinnen. Ja, ja, wir müssen ja auch vor allem berücksichtigen, dass sich alles verändern wird, ne, das, allein schon mit der Klimakatastrophe. So, das heißt, da, da müssen wir drauf, das müssen wir berücksichtigen, wie sich das ändern wird und da denke ich, müssten wir Zweichen stellen, ne, da, also das berücksichtigen. Es wird einfach krasser werden weltweit, aber auch in Deutschland mit dem Klima. Das wird immer stärker, die Themen, ähm, wird immer stärker Thema sein, verbunden mit, ähm, Vermögensverteilung, weil ich denke, dass diese Klimakatastrophe dann auch halt, ähm, Vermögens, also wer verliert, wer gewinnt, das wird auch mit der Klimakatastrophe dann ausgehandelt, ne, wer badet das alles aus, wer kann davon profitieren, vielleicht sogar, ne, und, ähm, und da ist meine Hoffnung einfach, dass, ähm, ja, dass, 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 dass das deutlicher wird, dass wir wirklich eine menschengemachte Klimakatastrophe haben, dass die wirklich, äh, dass das ganz andere Fragen dann nochmal sind, als, äh, die Frage, ob meine Currywurst jetzt, äh, eine echte Currywurst ist oder eine, ähm, künstlich produzierte, eine, eine Fleischersetz-Currywurst, ich meine, das sind das für Themen, bitteschön, ne? Ja. Warum? Ja, das ist, das sind ja alles so, ähm, ähm, oder ob man jetzt Diesel fahren muss oder ob man vielleicht auch ein E-Fahrzeug fährt oder vielleicht häufiger Fahrrad fährt. Ich meine, das sind ja, das ist ja alles nichts wirklich dramatisch Schlimmes, so, ne? Ne. Das sind, äh, eigentlich im Vergleich zur Klimakatastrophe lächerliche Dinge und da denke ich, dass das, dass das in den Fokus muss und dass da dann klar wird, hier, wir müssen gemeinsam das als Menschheit in den Griff kriegen und, äh, dann eben in diesem Prozess, äh, dafür sorgen, dass die Ärmeren nicht noch ärmer werden, sondern dass das dann, äh, viel gerechter zu, äh, viel gerechter wird, ne? Und, äh, Was denkst du bei so Dingen wie, ähm, dass die Linken Kompromisse eingehen, ähm, um, um irgendwo noch beispielsweise bei Wahlen zu punkten, dass man dann auch mal sagt, okay, auch wenn, äh, irgendwie Hetze gegen Migranten falsch ist, aber wenn die Leute nun mal gerade die Migranten alle raushaben möchten, ähm, ja gut, äh, ne, dann, dann geben wir dem eben nach und sagen, ja, äh, äh, okay, also wie in Dänemark zum Beispiel Sozialdemokraten, ähm, äh, äh, restriktive Migrationspolitik, aber wenigstens kann ich noch einen stärkeren Sozialstaat propagieren und durchsetzen, weil ich gewählt wurde. Ja, genau deswegen bin ich nicht in der Parteipolitik, um solche Fragen nicht entscheiden zu müssen. Ich, äh, denke halt, ähm, man muss aufpassen, dass man sich mit kurzfristigen Erfolgen dann nicht langfristig ein Bein stellt, so, ne? Ja, wenn wir das natürlich logisch zu Ende denken, wenn halt, ähm, wir sozusagen in dem Punkt immer den Rechten zustimmen, weil es gerade so anstrengend dagegen zu argumentieren, ja, dann übernehmen halt alle diese Positionen und, äh, dadurch hinterfragt es ja auch keiner mehr. Also, meistens erklärt sich eben, ob was richtig und was falsch ist, indem man sich fragt, wenn alle das machen würden, was wäre dann? Und, äh, das ist natürlich dann auch immer so eine, also, das gibt's bei allem, ne? Also, ich glaube auch, dass da viele, viele sich irgendwann in die CDU verirrt haben, weil sie sich dachten, ursprünglich wollten sie die Welt verbessern, aber, aber dann haben sie gesagt, ja gut, vielleicht kann ich das von dort aus am besten. Und, es gab damals in den, bei Studi, es gab so einen Studiestreik in den 90ern war das, glaube ich, da war die FDP bei bundesweit drei Prozent oder so und dann gab es in Berlin so eine Aktion, wir treten, die ganzen Studis, die gestreikt haben, wir treten alle in die FDP ein, machen eine feindliche Übernahme und machen dann halt so eine Partei, wo dann halt die Studiengebühren oder ich weiß nicht mehr, worum es ging, dann verhindert werden. Und viele von denen, die dann in die FDP eingetreten sind, haben da dann Karriere gemacht, als normale FDPler. Hat also nicht wirklich hingehauen. Ja, das geht, also natürlich ist das so ein seltener Fall, wo mal Menschen aus einer progressiven Denk heraus das gemacht haben, aber die Strukturen sind mal da, dass man darüber wieder dann natürlich, also das ist ja immer das Problem, dass gerade und auch warum, glaube ich, beispielsweise so Verschwörungsideologen und so in Social Media so aktiv sind, weil die viel aktiver sind, einfach weil die viel motivierter sind, weil sie wirklich glauben, so morgen geht die Welt unter. Deshalb muss ich jetzt möglichst mitmischen in dem ganzen politischen Ding, während halt progressivere und wissenschaftsorientierte Menschen sich auch mal denken, weißt du was, heute genieße ich auch mal meinen freien Tag und interessiere mich mal nicht für Politik. Und dementsprechend, wenn man dann auch eine linke Organisation hat, die meistens am härtesten arbeiten und am meisten machen, sind wieder dann ein bisschen moderater eingestellt, bis hin zu konservativ und dadurch werden dann, glaube ich, auch so Organisationen moderiert mit der Zeit und natürlich, also ich würde mich sehr unwohl fühlen, in die AfD einzutreten, um dort irgendwie Intrinsismus zu betreiben und irgendwie heimlich zu versuchen, die Organisation zu drehen. zu drehen. Aber jetzt derjenige, der rechtsextrem denkt, der hat wahrscheinlich kein Problem damit, in der linken Organisation sich breit zu machen. Da kümmert man sich um einen. Es gibt jetzt demokratische, es gibt demokratische Strukturen, bei denen kann man mitmischen. Es gibt meistens Maßnahmen gegen Diskriminierung und so weiter, während ja auch viele Aussteiger berichten in der AfD. Genau das Gegenteil. es herrscht das Recht des Stärkeren und man lebt jeden Tag einen Kampf sozusagen. Ja, es ist natürlich dann, ja, deswegen ist es toll, wenn dann Menschen sich da mal zusammentun, organisieren, okay, wir übernehmen jetzt die FDP. Es gab ja, glaube ich mal, die FDP hatte ja in den 70er Jahren zum Beispiel, ich glaube, da hatten die die Freiburger Thesen oder so, hieß das Programm damals und die hatten sogar ein relativ linkes Programm. bevor sie dann von der Wirtschaft wahrscheinlich sehr vereinnahmt wurden. Ja, ja, die Julis waren ja auch sehr links. Die mussten ja ihren Jugendverband dann loswerden. Also beziehungsweise die Jugenddemokraten waren das. Die Jugenddemokraten, genau. Die FDP, die hatte nur die Jugenddemokraten und dann kamen später die Julis. Die Jugenddemokraten, die fanden Marxismus dann gut und so und wurden irgendwie von Verfassungsschutz beobachtet oder ich weiß es nicht mehr. Ja, ja, sonst, was würdest du dir wünschen, wie das jetzt erst mal oder wie man jetzt aus der, wir haben jetzt die ganzen Demonstrationen gegen rechts. Das ist schon mal ein Hoffnungsschimmer. Die AfD scheint zu stagnieren, wenn nicht sogar in Umfragen wieder runter zu gehen. Kann natürlich auch an Sarah Wagenknecht und so weiter liegen, dass da natürlich Wählerschichten hingewandert sind, aber vielleicht. Ja, also ich meine, herausgelesen zu haben, dass die in Berlin haben die ja auch im Vergleich auch fünf, also haben die haben die ungefähr das gleiche verloren, hochgerechnet, wie bundesweit und da ist BSW nicht angetreten. Das heißt, von daher denke ich, das liegt nicht so sehr an Sarah Wagenknecht, sondern tatsächlich eher an dieser, an diesen großen Demos. Da würde ich mir wünschen, dass diese großen Demos weitergehen, aber ich bin auch realistisch. Ich gehe davon aus, dass es jetzt abflacht, aber ich hatte jetzt zum Beispiel in einem, in einer oberbayerischen Kleinstadt einen Vortrag, 3000 Einwohner und dort waren dann 94 Leute, die mir dann zugehört haben. Das habe ich sonst in Universitätsstädten oder so. Ey, es ist gerade 300 hier im Stream. Ja, das ist, ja, aber das, okay, online ist nochmal was anderes, als wenn du Leute da direkt hingehen. Aber Tilo Jung, wenn du da bist, würden auch ein paar mehr Leute zuschauen. Genau, aber ich meine jetzt wirklich so direkt, wo man sich, wo man zu Fuß hingehen muss und abends und das ist schönes Wetter und so weiter. Ja, das ist ja nochmal was anderes. Und das denke ich, das wird ja jetzt nicht nur dort passieren, sondern die Leute, die jetzt auf diesen Demos waren, von denen werden sich jetzt einige auch zusammenschließen und sagen, ja, wir müssen jetzt was machen. Das hat jetzt nicht gereicht, dass wir jetzt ein, zwei Mal auf eine Demo gegangen sind. Das heißt, diese Power, die wird da weiter, weitergehen. und von daher her denke ich, kann ich mir vorstellen, dass die AfD noch in den nächsten Wochen noch weiter sinkt. Nicht mehr so schnell vielleicht, aber und dann wünsche ich mir, also ich denke eben, diese Großdemos, das war genau richtig, das ist genau das, wo ich sehr viel mehr Hoffnung drin habe, als wenn wir das jetzt delegieren, im Sinne von Parteiverbot. Parteiverbot ist jetzt die Zeit nicht mehr da, darüber zu diskutieren, aber das wäre etwas, was ich letztlich gut finde, wenn nichts anderes mehr geht und ich befürchte, es kann gut sein, dass nichts anderes mehr geht. Das würde ich deswegen Parteiverbot nicht ausschließen. Aber tausendmal lieber und tausendmal sympathischer wäre es mir, wenn einfach große Demonstrationen da sind und die Zivilgesellschaft ganz deutlich sagt, wir wollen euch nicht und dass dann die, die halt sagen, ja, ich könnte mir vorstellen, die AfD zu wählen, dass die dann sagen, ja, okay, ups, das wollte ich gar nicht und so, dass die dann halt sagen, ja, ich habe mir das gar nicht so genau überlegt, ist ja vielleicht doch nicht so eine gute Idee, die AfD zu wählen. Ja. Genau und gleichzeitig denke ich, sind einfach Vermögensdiskussionen total wichtig, Armutsverteilung. Das würde ich mir auch wünschen, dass man aus den Demos heraus, dass dort auch linke Positionierungen stattfinden, dass man auch mal sagt, hier ist unser Gegenkonzept, hier ist unsere Vision, die wir haben von einer besseren Gesellschaft. Ich bin armutsbetroffen, diese Gruppierung, die müssen eigentlich wieder auf die Straße gehen, wie schon Anfang der 2000er Jahre, da gab es ja auch schon diese großen Montagsdemos, genau, mit den Leuten, die jetzt halt, ich bin armutsbetroffen, auf, die müssen, da müsste einfach sehr viel mehr Gehör da sein und das könnte tatsächlich dann auch, wenn gewollt, wenn das gewollt wäre, könnte das dann auch vom Spiegel und von der Zeit und von diesen großen Medien dann auch zum Thema gemacht werden. Dann könnten auch soziale Medien da mit pushen und so und dann, also diese wirklich wichtigen Themen, Vermögensverteilung, Klimakatastrophe, dass die dann halt Thema sind und da könnte ich mir dann vorstellen, dass dann Leute sagen, ja scheiß auf die Currywurst, so, mir ist es wichtiger, dass ich, dass meine, dass meine, dass meine Wohnung nicht gekündigt wird, ne, so, das ist, also das sind ja die eigentlichen Fragen, Armutsverteilung, Vermögensverteilung, dass es keine Armut gibt und eben Verhinderung der Klimakatastrophe, ja, genau, ein anderes Thema wäre dann noch Außenpolitik und Krieg und was weiß ich, aber auch das denke ich, das will jetzt auch den Rahmen sprengen und da bin ich auch kein Experte. Ja, ja, super, dass du da warst, vielen Dank für das tolle Gespräch, wir haben jetzt natürlich, glaube ich, auch ganz viel, so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen grundsätzlich, was ist links, was ist rechts, diskutiert und und trotzdem auf jeden Fall immer spannend von dir zu hören, sonst hast du ja auch diverse Beiträge online schon hinterlassen durch deine Auftritte bei Thilo Jung, aber auch die anderen zwei Gespräche, die wir geführt hatten, wurden jetzt auch, also da haben sich die Klickzahlen, vorher waren da das eine, wie du hattest, 3000 Klicks, jetzt hat es über 6000, weil in letzter Zeit dann auch ja, das, was du zu sagen hast, nochmal mehr nachgefragt wurde. Ja, deswegen für alle, die da interessiert sind über, zu deinen Arbeiten gibt es einmal das und dann gibt es natürlich auch deine Publikation. Ja, sonst wünsche ich dir schönen Abend und wir hören bestimmt nochmal voneinander und vielleicht ergibt es dich irgendwann nochmal wieder. Vielen Dank und ja, bis dann. Bis dann, ciao. Ciao. 1 2 ti 2 2 4 4 5 5 6 7 9 9 14